Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen die Sims 3 für den DS und es ist ganz wild, okay? Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue, aber ich dachte, es wäre mal witzig, dass wir uns sowas hier auch mal anschauen. Und ja, wir fangen einfach einen neuen Spielstand an. Ich habe eigentlich keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe Sims 3 DS gehabt, aber es ist wirklich nur ganz, 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 ganz selten gespielt. Deswegen gönnen wir uns doch eine kleine Tour. Willkommen im Tutorial für die Sims 3. Hier lernst du die Grundlagen des Spiels für die Sims 3. 3. Berühre das Tutorial-Icon in der rechten Ecke, um fortzufahren. Mit dem X-Knopf kannst du heran- und mit dem B-Knopf wegzoomen. Ja, ich hoffe, dass das hier dann kloppt, alles, so wie ich will. Mit dem Y-Knopf kannst du den Touchscreen nach rechts und mit dem A-Knopf nach links drehen. Ah. Mit dem Steuerkreuz kannst du die Kamera hoch und runter, nach links oder rechts schwenken. Drücke jetzt das Steuerkreuz nach oben. Das Porträt deines Sims wird verwendet, um ihn auf den Touchscreen zu zentrieren. So weißt du immer, wo er sich gerade befindet. Probiere jetzt das Porträt zu berühren. Ah. Sims haben Bedürfnisse, die sich in Form von Wünschen äußern. Wünsche erscheinen unten rechts. Berühre einen Wunsch, um mehr über ihn zu erfahren. Dann tippe nun das Plus an, um ihn anzunehmen. Wenn man sich ein wenig zurecht macht, sieht die Welt schon ganz anders aus. Dein Sim möchte am Spiegel Interaktion rausputzen verwenden. Dein Sim kann Objekte in der Spielwelt berühren, um mit ihnen zu interagieren. Berühre jetzt den Spiegel und wähle rausputzen, um den Wunsch eines Sims zu erfüllen. Rausputzen. Boah. Sieh, wo die Aktion gelandet ist. Das ist deine Aktionswarteschlange. Hä, ist ja wie in Sims 3. Dein Sim hat eine Stimmung. Stimmungen können die Laune positiv oder negativ beeinflussen. Berühre die Stimmung, um weitere Informationen dazu zu erhalten. Ich glaube, das Spiel findet hauptsächlich auf den Touchscreen statt. Deswegen würde ich jetzt einmal das Ganze drehen, damit das besser für euch aussieht. Dein Sim hat eine Stimmung. Stimmungen können die Laune positiv oder negativ beeinflussen. Berühre die Stimmung, um weitere Informationen dazu zu erhalten. Wird unterhalten. Hänsel amüsiert sich prächtig und vergisst den Alltagsstress. Ich bin schön. Wahre Schönheit zu erkennen, auch wenn es die eigene ist, ist ein Vorteil der Eitelkeit. Die Zusammenfassung enthält wichtige Informationen über dein Sim und sein Leben. Blättere mit der L-Taste und der R-Taste. Probiere jetzt die L-Taste. Ah, da stehen auch Fähigkeiten. Okay. Da sind die Bedürfnisse. Ja, Fähigkeiten und Bedürfnisse. Im alltäglichen Leben ist die Menüleiste von großer Wichtigkeit. Du kannst die Menüleiste über das Punkt, Punkt, Punkt Icon aufrufen. Berühre das Icon, um es auszuprobieren und mehr zu erfahren. Der Sim-Phone liefert detaillierte Informationen zu so ziemlich allem. Dein Sim kann hier auch Lebenszeitbelohnungen kaufen, Sammlungen in der Simlopedia und Karma-Kräfte ansehen. Dieses Icon bringt dein Sim in die Nachbarschaft. Dort angekommen, kann dein Sim die Kartenansicht aufrufen, um die Stadt aus einer höheren Perspektive zu betrachten. Mit dem Wand-Erhöhen-Icon kannst du deine Wände so hochbauen, wie es nur geht. Mit dem Wand-Verringern-Tool kannst du die Höhe deiner Wände abtragen, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Über das Kauf-Icon gelangst du in den Kaufmodus, wo du tolle neue Dinge für dein Haus kaufen kannst. Über das Bau-Icon gelangst du in den Baumodus, wo du dein Haus bauen kannst. Weitere Informationen erhältst du in den Lektionen. Lektionen erscheinen während des Spiels oder indem du Start drückst und Lektionen wählst. Zurück zum Hauptmenü. Okay, dann bin ich jetzt bereit. Äh, Modus wählen? Ich weiß doch gar nicht, was was ist. Achso, das... Wähle diese Option, um das Tutorial zu starten. Wähle die Option, um deinen eigenen Sim zu erstellen. Wähle die Option, um einen Haushalt aus der Stadt zum Spielen zu wählen. Nein, wir wollen schon... Wir wollen schon einen eigenen Sim erstellen. Denn, wie wir wissen, ist Kars ja meine, meine, ne? Also, Grundlagen. Ich möchte ein Mädchen. Wir machen mal so Mittel. Und wir machen... Irgendwie sehen die Farben alle nicht ganz so toll aus. Aber ja. Ähm, wir nennen sie Cherry Swish. Keine Ahnung. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Aussehen. Oh, Big Eyes. Sieht alles ganz wild aus. Ich finde aber das Erste eigentlich ganz süß schon. Ich rühre das Gesicht und ziehe. Boah, das ist ja wie in Sims 4. Glaube mache so. Frisuren. Man kann die auch drehen. Toll. Yeah. Ich glaube, ich finde das eigentlich ganz süß. Dann können wir noch die Farbe ändern. Mit einem schwarzen Hut. Und dann... Die Augenfarbe ist grün. Es gibt natürlich jetzt nicht so viel Auswahl. Insgesamt aber... Ist schon in Ordnung. Also ein paar Teile erkenne ich auf jeden Fall wieder. aus Sims 3. Und manche sind halt anscheinend ganz neu erstellt worden. Uh. Oh, wie süß ist das denn? Boah, das hier. Hör mal. Wie wild ist denn dieser Rock? Schlabberhosen sind nicht verfügbar und wurden in Kombination mit kniehohen Stiefeln von der Modepolizei verboten. Ähm, was? Schuhe gibt es aber wirklich wenige nur. Hier, gönn mal so welche. Oh. Ganzkörperoutfits muss man anscheinend erst freischalten. Spannend. So, dann können wir die Persönlichkeit auswählen. Die sind wahrscheinlich alle aus Sims 3 einfach übernommen. Sind aber gar nicht so viele. Ach so, nee. Es gibt... Wir wählen einfach von jedem eins aus. Dann machen wir sie zu einem Genie. Zu einer Geschickten. Sie ist kontaktfreudig. Und Vegetarierin. Und ihr Lebenswunsch ist... Perfekter Körper und Geist. Superstar Athletin. Bastlerin. Goldene Zunge. Na, machen wir mal das. Dann sind wir jetzt ready. Wenn du mit deinem Sim zufrieden bist, berühre das Häkchen. Hier, ist doch ne Süße. Jeder Sim hat eine Geschichte. Wo soll die Geschichte deines Sims beginnen? Na, gieb... Na, gieb... Na, gieb... Na, gieb... Na, gieb mit dem Steuerkreuz und dem X, A, B und Y-Kopf, um ein Haus für deinen Sim zu finden. Berühre die Kartenmarkierung und wähle, wie du dein Haus einrichten möchtest. Wie wäre denn dieses Haus? Es wäre relativ in der Nähe von der Stadt und so. Wir können ja... Wir machen mal möbliert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deinen Sim ausfindig zu machen und ihm zu folgen. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du einen Sim in die Sims 3 ausspülen kannst? Ja. Kameraführung. Ja, das habe ich ja schon gelernt. Okay, danke. Start nix Neues. Na gut. Ah, dann kann ich dann auch Pause drücken und so. Schön. Die Merkmale, Lebenswunsch, Fähigkeiten. Aber ich finde, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht eingerichtet, oder? Ich weiß gar nicht, ob man mehrere Sims haben kann. So, was wollen wir denn tun? Wir schauen uns mal das Sim-Phone an. W-Line merkt mal, um mehr über die einzigartige Persönlichkeit eines Sims zu erfahren. Nee, nee. Oh, hier kann ich doch mehr Sachen machen. Rastlerin. Oho, alles, was man so herausfindet anscheinend. Ich kenne ja noch keine Sims. Ja, tatsächlich. Gelegenheiten. Uhu. Arbeitslos. Natürlich, wir suchen noch einen Job. Belohnungsstore. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir einen PC. Nö. Dann können wir ja mal gucken, ob wir uns einen leisten können. So. Gibt es einen Computer? Hier auf jeden Fall nicht. Ich weiß doch nicht, wo das ist. Gibt es keine PCs in diesem Spiel? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Also, ich finde auf jeden Fall keinen PC. I don't know. Dann müssen wir wahrscheinlich in die Stadt, um einen Job zu finden. Äh, Freunde und Nachbarn. Ja. Gastronomie-Karriere einschlagen. Na, dann können wir das ja auf jeden Fall tun. Wenn wir hier was finden in die Richtung. Wir haben nämlich hier irgendwo bestimmt das hier. Wo ist der Brecher-Karriere? Nicht ganz. Ein Friedhof. Oh, ein Leuchtturm. Was wünscht sie sich denn noch? Kunstgalerie besuchen. Okay, cool. Ja, Gastronomie-Karriere starten. Sie fährt sogar mit dem Auto. Cool. Sie ist sogar ein bisschen Open World hier. Hör mal. Ein Küchenmädchen muss sich vom Küchenchef herumkommandieren lassen, doch mit ein wenig kulinarischem Wissen und dem festen Willen zu bestehen. Wirst du es gewiss noch beibringen. Diese Karriere wirklich starten? Ja. Oh, magischer Moment. Yeah. Du hast einen neuen Job. Sei am Dienstag um 15 Uhr am Arbeitsplatz. Imbiss Leckerschmecker. Woo. Herzlich willkommen. Du bist in die glamourose Welt der kulinarischen Künstler eingetreten. Charisma-Fähigkeit verbessern. Das ist auf jeden Fall auch ein Wunsch, den ich verstehen kann. Ähm. Sie möchte... Hier machen wir kurz auch Pause. Sie möchte ja auf jeden Fall Kunstgalerie besuchen. Das können wir auf jeden Fall tun. Also die Frage, wo das ist. Hilfe. Institut für moderne Kunst besuchen. Das wird es doch bestimmt sein. Yeah. Rum, rum. Ansonsten geht es ihr soweit ganz gut. Das ist doch schön. So. Hi. Ja. Sie hat auf jeden Fall ihren Wunsch erfüllt bekommen. Hallo. Äh. Ich treffe ihn nicht. Oder sie. Weiß ich nicht. Allgemein. Begrüßen. Das ist Garrick Pomp. Kenn ich natürlich. Oh. Sie freut sich, weil es ist hier hübsch dekoriert. Und sie hat einen Wunsch erfüllt bekommen. Toll. Weil die haben sich jetzt begrüßt. Und dann kann sie ja ein bisschen lustig sein. Wir plaudern. Und schmeicheln. Und einen Witz erzählen. Haha. Wir wollen ja hier ein paar Freunde machen, ne? Oh. Das fand ich ja nicht so gut. Hm. Da ist noch jemand. Möchten wir auch begrüßen. Gewinne Garrick als Freund. Na du? Cole de la Cruz. Plaudern. Über neue Arbeit reden. Das klingt doch spannend hier. Alex Grusel. Hör mal. Die Grusels können natürlich in keinem Sims Spiel fehlen, ne? Irgendwie lernen wir nur Männer kennen. I don't know. Ist ein bisschen wild. Aber it's fine. Oh. Magischer Moment. Woo. Erster Fähigkeitenanstieg. Gross, ey. Ah. Wir sind Freunde. Wie schön. Oh. Man kann jetzt auch verliebt. Und so, ne? Aber ich glaube nicht, dass das soweit schon so schlau wäre. Dann können wir uns ja zum Abschied einmal umarmen. Weil dann würde ich nämlich nach Hause gehen. Weil so langsam müsste sie auch mal duschen oder so. Sie beginnt zu stinken. Brum, brum. Das ist eine richtig tolle Autoanimation. Tränen, die jemanden können echt lustig sein. Juhu. Okay. Wer auch immer das da geschrieben hat. Ein paar Sims sind auf dem Weg, um dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Freundschaftlich begrüßen. Don Alto. Misty Wünschel. Da sind noch mehr Menschen. Ach, der geht hier noch vorbei. Na, ich glaube, wir haben noch nicht genug Punkte. Du wirst erfahren, dass Don kontaktfreudig ist. Ui. Warum ist Eddie Korn blau? Wow. Die teleportieren sich auch hier die ganze Zeit hin und her. Also es ist kein Problem, dass es nur in den PC-Teilen gibt. Brode. Ist doch toll. Hier. Kerber Revers. Den können wir uns auch vorstellen. Ja, so langsam stinken wir echt. Wie sogar eine Haube auf für ihre Haare. Lol. Oder sieht das nur so aus? I don't know. Und sie hat langsam Hunger. Da können wir uns doch auch was gönnen. Da können wir uns doch Macaroni mit Käse machen. Und erstmal das Haus abfackeln. So wie ich Sims kenne. Hier steht noch nicht, welche Fähigkeiten man braucht. Vielleicht braucht man das, weil Level 1 noch nicht in der Karriere. I don't know, ob man generell Karrieren braucht in dem Spiel. Kann ja auch sein, dass das ein bisschen einfacher gehalten ist. Eine kalte Dusche, weil die Dusche schlägt ist. Und hungrig. Ja. Kann ich mir vorstellen. Die Leute stehen immer noch vor meiner Tür. Wild. Wenn es so ist, hätte ich ja auch zubereiten können, sodass dann alle essen können. Aber naja. Ja, sie ist gerade dabei zu gehen quasi. Na ja, dann lassen wir sie vielleicht in Ruhe. Wir müssen ja eh hier noch ein bisschen putzen. Haben wir keinen Spiegel? Brauche ich vielleicht mal einen, weil ein Spiel für Charisma-Fähigkeit wäre ja schon ganz cool. Wohlfühl-Spiegel. Ein Möbelstück für mindestens 159 Simoleons kaufen. Das schaffe ich. Das ist doch schön. Hier in dem Zimmer ist doch nichts. Das seht nicht. Das ist kein Möbelstück? Doch. Ich wollte schon sagen hier. Was für eine Salonlöwin von Tag zu Tag beeindruckst du die Leute mehr? Toilette benutzen wäre vielleicht auch mal schlau. Die ist halt null müde, ne? Was ist mit ihr? Das ist ja cool, aber sich aufwärmen. Vielleicht hätte ich sie dennoch schon mal schlafen lassen. Wie toll. Ich weiß gar nicht, ob man mehr als einen Sim im Haushalt haben kann. Weil ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass es nicht so war. Aber kann auch Einbildung gewesen sein. Oh. Was wünscht sie sich? Gewinne Garik als besten Freund. Uiuiui. Oh. Sie ist wach und fühlt sich scheiße, weil das Bett kacki war. Sie kann ja mal so ein paar Sachen servieren. Spaghetti mit Fungibällchen. Also von den Needs her scheint das Spiel ja ziemlich einfach zu sein. Weil sie ist jetzt nach einer Stunde schon fertig mit Schlafen einfach. Was ist passiert? Irgendwas ist schlecht gewesen. Ups. Gleich die Reste wegstellen. Qualität schlecht. Aber jetzt fühlt sie sich schlecht, deswegen. Oh. Übelkeit. No. Und die Zeit vergeht gefühlt auch echt langsam. Gucken. Gibt es sowas wie ein Teleskop oder so? Wegen Logikfähigkeit? Ah. Das ist kaputt. Und der Herd auch. Deswegen kam das Dings. Dann kann sie ja später in die Sterne schauen. Und erst mal das reparieren. Sie wäre Geschichtigkeit und Logikfähigkeit erreichen. Demnach. Klappt doch alles hier. Und sie möchte trainieren. Die Wilde. Drei Uhr in der Nacht. Erstmal den Herd reparieren. Wer kennt es nicht? Und sie schafft es einfach die ganze Zeit nicht. Was ist mit ihr? Komm ran. Sie versucht es schon zum dritten Mal. Yay. Level eins in der Geschichtigkeit Fähigkeit. Wuh. Aber das scheinen ja alle Fähigkeiten zu sein, die es in dem Spiel gibt. Wow. Sie hat es geschafft. Wow. Vielleicht schafft sie jetzt ja auch die Spaghetti mit Fungibällchen. Qualität schlecht. Vielleicht klappt ein Waffeln ja gleich besser. Ausdauertraining machen. Wenn ich auf sie klicke. Ich dachte, man könnte hier dann auch joggen. Maybe. Aber da das Spiel ganz schön langatmig ist tatsächlich. Also ich nehme 50 Minuten auf und wir haben jetzt gerade meinen ersten Tag geschafft. Ja, würde ich sagen, dass ich jetzt hier das so beende. Wenn ihr wollt, dass wir das hier irgendwie noch weiterspielen, dann schreibt mir gerne. Vielleicht kennt der ein oder andere das Spiel ja noch gar nicht. Also das ist das für ein DS Cup. Ich fand es jetzt mal ganz wild, das hier so ein bisschen kennenzulernen. Wieder, I guess. Es gibt ja auch Sims 2 für DS. Vielleicht gucken wir uns das ja auch mal an. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.